Wenn ich dir als Mann einen Tipp geben darf, der wichtig ist, wenn du Frauen verführen möchtest, dann, dass du dir nicht so einen großen Kopf um Frauen machen darfst. Du darfst dich von Frauen nicht verunsichern lassen. Es gibt so viele Männer, die verlieren ihren Verstand, nur um irgendwelche Frauen zu verführen oder wundern sich, dass es nicht klappt. Und die Frauen haben leichtes Spiel mit diesen Männern, die wickeln denen um den Finger. Und das ist, was du vermeiden möchtest. Du als Mann solltest Frauen nicht an erster Stelle sehen in deinem Leben. Und es gibt auch eine Vielzahl von Gründen, warum Frauen dich tatsächlich testen. Es könnte sein, dass sie einfach denken, hey, ist der wirklich so selbstbewusst, wie er sich mir gibt? Oder es könnte auch daran liegen, dass sie einfach selbst ein bisschen narzisstisch ist und ein bisschen diese Bestätigung braucht oder einen geringen Selbstwert. Und wenn sie dann eine Aufmerksamkeit bekommt, dann poliert es ihren Selbstwert auf. Und ein Grundmechanismus der Frau wird es immer sein, den Mann an sich zu binden. Aber das Paradox ist, sobald sie ein Mann vollständig an sich gebunden hat, dann verliert sie vollständig das sexuelle Interesse. Das heißt, du darfst es einer Frau nie zu 100% recht machen, weil das bedeutet immer, dass du dich selber verlierst. Also das ist ganz normal, dass die Frau auch dann das Interesse verliert, weil zum einen hat sie dann all deine Ressourcen, die hat einen Sklaven, der alles für sie macht, der sich selbst und sein Leben aufgibt für die Frau. Wie kann das denn attraktiv für eine Frau sein? Also du als Mann, wenn du Frauen kennenlernen möchtest, musst verstehen, dass du dich nicht selbst aufgibst, dass du eine Frau nicht an erster Stelle siehst. Und ich möchte dir ein paar Beispiele geben, woran du erkennst, was passiert, wenn ein Mann sich nicht verunsichern lässt und wie die Frauen darauf reagieren. Fangen wir mit der allerersten Sache an. Das war von einem alten Coaching-Teilnehmer und mittlerweile ein guten Freund von mir. Der hat mir die Story erzählt, dass die Frau zu ihm nach Hause kam. Die kam auch schon verspätet und hat nicht Bescheid gesagt. Das hat ihn schon genervt. Und dann diskutieren die, die kommen nach Hause, sie diskutieren ein bisschen. Und dann macht sie dreimal die Anstalten, wieder zu gehen. Okay, dann hat sie gesagt, sie hat so den Schal wieder um sich gelegt und hat darauf gehofft oder gewartet, dass der Mann sagt, hey, nein, bleib doch bitte hier. Also sie wollte sich dadurch aufgewertet fühlen, indem der Mann sie bestätigt, in ihrem sogar schlechten Verhalten, dass sie zu spät kommen und sie sowieso ein bisschen Stress hatten. Und das hat er aber nicht gemacht. Der hat einfach das ignoriert. Er hat gar nichts dazu gesagt. Und sie hat das dreimal versucht so. Also das ist eine sehr manipulative Frau, die einen sehr geringen Selbstwert hat. Und das versucht auch nicht nur hier, sondern in verschiedenen anderen Beispielen, ihren Wert, ihre Bestätigung zu holen von Männern. Und er hat das einfach ignoriert dazu getan, als wäre nichts. Und die Frau ist dann wieder zu ihm gekommen, in sein Bett gekrochen. Und das ist genau das, was du machen musst. Also du darfst nicht sagen, nein, bitte bleibe doch. Und du merkst es eigentlich selbst immer, wenn du sowas machst, es fühlt sich nicht sehr männlich an. Es fühlt sich so, da in dir drin, da spürst du so einen Widerstand, wenn du so etwas tust. Wenn du dich selber verbiegst und der Frau hinterher rennst. Und das ist ja genau das, was die Frau will. Und die Frau schmunzelt innerlich, weil das ist ja genau das, was sie will. Dass es dann nur, weil du sie für ihr schlechtes Verhalten bestätigst, heißt es noch lange nicht, oder du das machst, was sie will, dass es dann tatsächlich zum Sex kommt. Also das ist eine wichtige Sache, dass du diesen Druck aushältst. Der zweite Fall war, dass eine Frau zu mir kommen wollte, also Bett hießt von mir, um 13 Uhr. Und eine halbe Stunde vorher sage ich, ey, bin gerade aufgewacht und bin noch müde. Ich glaube, es wird nichts. Und dann hat sie mich noch dreimal angerufen, als ich wieder, das habe ich erst im Nachhinein gemerkt, weil ich mich dann wieder schlafen gelegt habe. Dreimal angerufen, zwei Nachrichten geschickt. Das habe ich dann im Nachgang gesehen. Und als ich dann aufgewacht bin, habe ich ihr geschrieben, hey, sorry, tut mir leid, aber ich hätte ihr gesagt, dass es jetzt nicht klappt. Und dann schickt sie mir eine Sprachnachricht und sagt, hey, ja, weißt du, ich mag keine Leute, die unzuverlässig sind und es wäre besser, wenn wir uns nicht sehen. So weit, so gut. Kann ich verstehen, wenn ich kurz vor knapp absage, war auch ein bisschen unorganisiert. Ich hätte ein bisschen früher aufstehen können oder ein bisschen früher ins Bett gehen können. Und ich habe einfach gesagt, hey, sorry, kann ich verstehen, tut mir leid. Und ja, dann kam erst mal nichts, aber dann schickt sie mir von sich aus wieder, weil sie ist Künstlerin, sie malt auch schöne Bilder, ein Bild. Und dann sage ich, ah, okay, du kannst, hast ein schönes Bild gemalt, habe ich ihr geschrieben. Da würde sich mein nackter Arsch sicherlich auch gut drauf machen, wenn du den noch dazu zeichnest, das würde dir gefallen. Und da musste sie lachen und dann habe ich einfach den Vorschlag gemacht, wie es aussieht, ob wir uns heute noch treffen. Die meinte, heute wird es nichts, aber die Tage können wir das gerne nachholen. Also auch hier einfach nicht in Panik verfallen, nur weil die Frau eine Ansage macht und sagt, hey, ich glaube, es wäre besser, wenn wir uns erst mal nicht miteinander was zu tun haben. In dem Fall habe ich ja den Fehler auch eingesehen, weil ich selber war ein bisschen unzuverlässig. Okay, sehe ich ein, aber das heißt nicht, dass ich jetzt in den Arsch kriege, zehn Nachrichten schicke, zehnmal anrufe oder sonst was, sondern das einfach so akzeptiere und dann einfach warte, was passiert. Die dritte Sache ist, eine Frau, das habe ich auch hier mitgebracht, das kann ich dir vorlesen, die mit der Zeit konnte nicht damit leben, dass ich auch andere Frauen mit anderen Frauen Sex habe, andere Frauen treffe. Und dann hat sie geschrieben, ich kann das nicht schon. Ich kann nicht so tun, als wäre ich die Einzige für dich, obwohl es nicht so wäre. Ich kann mit einem Mann schlafen, dem ich nicht viel, ich kann nicht mit einem Mann schlafen, dem ich nicht viel bedeute. Ich würde mich darin verlieren und ich wäre unglücklich. Ich habe die Zeit mit dir sehr genossen. Ich möchte deine Zeit sowieso nicht, deine Aufmerksamkeit mehr in Anspruch nehmen und dich nicht mehr mit meinen Nachrichten verrückt machen. Aber wenn du willst, können wir freundschaftlich in Kontakt bleiben. Jetzt kommt's. Vielleicht sogar irgendwann Kaffee freundschaftlich trinken, wenn du Lust hast. Falls du blablabla, okay, unwichtig. Du weißt, dass sie dich sehr mag. Küsschen. Und daraufhin habe ich geschrieben, okay, ich verstehe dich, aber ohne Sex ist mir das nix. Dann schreibt sie, kein Problem, Peace Zeichen, mach's gut schon. Und ich so, bis bald, Mausi. Und dann zwei, drei Tage später sehe ich, dass sie mich auf WhatsApp anruft, beziehungsweise es hat nun kurz geklingelt. Und daraufhin ich, das muss ich dir zeigen, schreibe ich. Also das kennst du sicherlich, wenn jemand mal sich verklickt bei WhatsApp und dann klingelt's. Und dann war das aber keine Absicht. Und ich schreibe daraufhin, schaust du dir heimlich mein Bild an und hast aus Versehen auf Anrufen geklickt. Und sie, haha, nein, ich war im, also ich mag die Frau auch, weil sie Humor hat. Sie schreibt, nein, ich war im Zoo und das Krokodil hat mein Handy gestohlen und hat aus Versehen deine Nummer gewählt. Wie schlau du bist. Das ist die erbärmliche Wahrheit. Ich habe im Büro dein Profilbild bewundert und war sehr nachdenklich, hatte sogar ein Sex-Flashback, bis mein Chef energetisch in meinen Raum reinplatzte und ich aus lauter Schreck überall gedrückt habe. Sorry, wollte nicht stören, hatte gehofft, das Signal war zu kurz. Und man kann in diesem Land nichts mehr unbemerkt machen. Hihi. Und sage ich so, hey, du hast Humor, was hältst du davon, wenn wir uns einfach treffen, dann musst du dir nicht einfach meine Bilder anschauen und dir Sex-Gedanken machen. Und dann schreibt sie daraufhin, du willst doch nur meinen Körper. Hihi. Dann sage ich, in erster Linie ist das richtig, aber ich mag dich trotzdem. Und dann macht sie mir so einen Vorwurfsvoll, schreibt mir noch eine Nachricht, grüner Tee wurde mir auch versprochen. Dann schreibt sie noch auf meine andere Antwort, ich mag dich auch schon. Und ich so, richtig, hatte aber zu. Wenigstens hattest du gute Absichten. Wie sieht es am Samstag aus? Dann sage ich, okay, 22.30 Uhr bei mir, dann meint sie, sie ist so spät. Und habe davor noch eine Coaching-Session, sage ich, okay, dann spielen wir bei Playstation, ich mache dich kaputt und ich dich danach im Real Life. Ja, also auch wieder ein perfektes Beispiel dafür, dass du einfach, im Endeffekt, worum es letzten Endes geht, ist, dass du dein Frame behältst. Dass du nicht bei diesen drei Beispielen mit der Frau mit, die immer wieder gehen wollte und es doch nicht getan hat oder auch die Frau, die ein bisschen angepisst war und erst mal nichts mehr mit mir zu tun haben möchte, weil ich das Date kurz vor knapp absage. Oder auch hier in dem Beispiel, die Frau, die nicht akzeptieren wollte oder würde, dass ich auch andere habe, einfach mein Frame gehalten. Einfach bei mir geblieben und du brauchst hier eine emotionale Stabilität, du musst stressresistent sein und dein Frame behalten. Und wenn du das machst, das ist ein Zeichen von Attraktivität, weil die Frauen merken, ey, scheiße, ich bekomme ihn nicht einfach so, ich kann ihn nicht einfach so um den Finger wickeln. Und das macht sich in deren Augen auch wertvoller, weil ein Mann, der gewisse Ansprüche hat oder Dinge macht, die vielleicht der Frau nicht gefallen und es trotzdem tut und dafür auch riskiert, die Frau zu verlieren, der muss doch wertvoll sein. Wie kann er diese Frau denn riskieren, sie zu verlieren, wenn er sein Verhalten nicht ändert? Das heißt, er könnte wahrscheinlich auch jederzeit andere Frauen bekommen. Also solche Männer werden der Frau nicht oft begegnen. Und das steigert deinen Wert, steigert ihre Anziehung zu dir, weil du bei dir bleibst. Und in der Regel, nicht immer, aber sehr oft, werden die Frauen sich dann wieder bei dir melden, einknicken, weich werden und sich trotzdem mit dir treffen. Das kann sein, dass es innerhalb von einer Stunde sich das Blatt wendet oder innerhalb von zwei, drei Tagen oder einer Woche. Und wenn es mal sich nicht wendet, ist es auch nicht schlimm, aber in der Regel wird es passieren. Und was daran interessant ist, dass du halt diesen kritischen Zeitpunkt dazwischen aushältst, dass du da nicht selber einknickst und weich wirst. Und das schaffst du in erster Linie, wenn du eben keinen Mangel in deinem Datingleben hast, wenn du sowieso regelmäßig weißt, wie du neue Frauen daten und verführen kannst. Und wenn du weißt, dass du ein wertvoller Mann bist, der begehrenswert ist und vor allem auch, wenn du Frauen nicht an erster Stelle stellst, sondern auch noch andere Dinge in deinem Leben hast, sodass du dich gar nicht so sehr um dieses Drama, um diese Krise, die ihr hattet, Gedanken machst, werden die Frauen immer wieder von sich aus ankommen. Weil die merken, hey, das ist kein Beta, das ist ein Sigma bzw. ein Alpha, der knickt nicht ein, der macht sein Ding. Ich will diesen Mann. Ich will diesen Mann. Ich will nicht einen dieser Männer, die sogar mir viel mehr geben würden. Das ist ja das Interessante. Andere Männer würden dieser Frau viel mehr geben oder alles geben, was genau diese Frau will. Aber die will es nicht. Die will dich haben. Die will nicht diese Quälligkeiten oder dass der Mann sich verstellt, sondern sie will genau den haben, der ihr das nicht alles gibt. Und wenn du das einmal verstanden hast, wirst du es wesentlich leichter haben, Frauen zu verführen. Du wirst auch ein wesentlich stressfreieres Datingleben führen, weil du dir einfach nicht so viel in den Kopf machst und die meisten Probleme sich wieder von selbst geben. Die texten dich zu, die Frauen mit tausenden Nachrichten. Und da gehst du einfach gar nicht darauf ein oder schreibst einfach, okay, gute Nacht, etc. Und du wirst sehen, dass wenn die dann 5, 6, 7, 8 Nachrichten schreiben und du kaum was schickst oder gar nicht darauf reagierst, dass die dann doch dich wieder treffen wollen. In diesem Sinne, wenn du sagst, hey, ich will das auch haben. Ich will ein stressfreies Datingleben. Ich will verschiedene Frauen kennenlernen, wann immer. Ich will selbstbewusst neue Frauen verführen können. Dann ist jetzt deine Möglichkeit, dich für das kostenlose Analysegespräch zu bewerben. Entweder unter dem Video in der Videolinkbeschreibung oder oben rechts bei dem I. Da klickst du einfach drauf, schickst die Bewerbung ab und ich melde mich innerhalb der nächsten 7 Tage und zeige dir Schritt für Schritt, wie wir das gemeinsam umsetzen können. Bis zum nächsten Video.